hey freunde heute noch eine wunderschöne leslie batterie und zwar die oxygen sie hat gekostet 7,77€ die hatten wir in der einkaufstour bekommen beim lila pets sie hat 25 schuss in pferdestall design sage ich immer so schön ja pyromult und eine nem angabe haben wir hier von 162,5 gramm und ist wie gesagt von leslie und dann wollen wir sagen gehen wir gleich mal raus zur zündung und schauen uns die oxygen an bis gleich so freunde wir testen jetzt wie versprochen die oxygen batterie xxl von leslie schöne sorten reine batterie mit silber palmen und grün und weißen blinkern also ich denke mal die grünen werden wir gerade nicht so gesehen haben meine kamera erfasst nicht so gutes grün aber ich muss sagen die ist relativ okay ich würde sie mir wiederholen macht's gut freunde